Hallo Leute, hier ist eure Lüscher und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Frag dir Lüscher. Ja, ich habe mir wieder von den letzten Folgen ein paar Fragen rausgepickt. Heute ist es mal wieder ein ganz kleiner Mix, so von allem ein bisschen etwas. Und ja, es kam jetzt einfach kein Frag dir Lüscher mehr in den letzten Wochen, weil ich sozusagen Urlaub hatte. Ja, okay, fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Woher hast du dein T-Shirt mit dem I Love Yorvik? Das I Love Yorvik T-Shirt habe ich aus SSO von einer Quest, die ihr von den Touristen bekommt. Also wenn ihr eine Touristenquest, eine bestimmte Abschließt bekommt, ihr dieses I Love Yorvik T-Shirt. Wünschst du dir in SSO Dressurprüfung? Unbedingt. Ich würde mich mega freuen, wenn es Dressurprüfungen in SSO geben würde. Alte Spiele von Star Stable, die ja die Vorgänger von Star Stable waren, so Frühlingsritt, Herbstritt und so weiter, zeigen ja, dass es da auch Dressur wirklich gibt. Und ich würde mir auch wünschen, dass es dann irgendwie so kleine Punkte gäbe, die man dann in der richtigen Gangart nachreiten muss und so weiter. Da könnte man richtig viel draus machen. Ich hoffe, Star Stable fügt das irgendwann mal ein. Warum heißt du auf Star Stable Elisha und nicht Mandy? Ich hatte das schon einmal erwähnt. Ich habe mich ja damals nach dem Spiel Elisha Online benannt, weil ich ja Elisha Online nicht spielen konnte. Und aus Trost habe ich gesagt, komm, dann nennst du dich in Star Stable Elisha. Aber hätte ich gesehen, dass es Mandy geht, hätte ich wahrscheinlich doch Mandy genommen. Ich habe nämlich einfach, Elisha fängt ja mit A an, ne? Und da habe ich bei A einfach runtergestrollt und geguckt, ob es vielleicht Elisha. Ja, und dann stand da Elisha und habe ich gesagt, ach komm, das nimmst du jetzt. Ja, und dann später fiel mir auf, oh ja, ich hätte mich auch Mandy nennen können. Aber dann habe ich gesagt, ach nee, ach komm, ist jetzt egal. Du bist jetzt hier Elisha. Was soll sich an SSO nicht verändern? Ich möchte auf gar keinen Fall, dass sich die Story in SSO verändern. Denn die Story finde ich sehr spannend, sehr interessant, immer wieder fesseln. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr auch wieder weitergeht mit der Hauptstory. So mit Dacor und GD und nicht nur mit Hermann, sondern auch mit Lisa und Co. Und, oh, das finde ich immer so total aufregend. Welche Handymarke hast du? Ich besitze seit Anfang diesem Jahres ein Samsung S6. Das ist tatsächlich auch mein aller, aller erstes Handy, was wirklich mal top aktuell ist. Sonst hatte ich immer nur Modelle, die schon drei Jahre alt waren oder so. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Hätte ich das S7 nehmen können, wenn es zu dem Zeitpunkt schon rausgekommen wäre, dann hätte ich das genommen, weil ich ja da noch eine Speicherkarte einfach reinpacken kann. Das kann man beim S6 leider nicht. Aber ich finde dieses Handy top. Product Placement. Nein, ich bekomme nichts dafür, aber ich finde es halt super. Kann ich es ja auch sagen. Welches Haustier hattest du bis jetzt? Bis jetzt habe ich mit meinen 23 Lebensjahren immer nur Meerschweinchen gehabt. Und darüber bin ich sehr glücklich. Meerschweinchen sind super süß, nämlich. So, und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge. Gefragt ihr, Lüscher. Ich habe wieder ein paar Fragen rausgepickt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Schreibt mir unbedingt unter dieses Video ein paar neue Fragen. Und auch wenn euch eine spezielle Frage für die zehnte Folge, die ja bald kommt, einfällt, schreibt dann Hashtag zehnte Folge und dann tippert, tippert, was ihr könnt. Und ja, ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Einige von euch haben ja schon wieder Schule. Bald habt ihr es wieder geschafft. Die Woche ist fast rum. Und bis dahin, eure Lüscher. 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 Bis zum nächsten Mal.